Heinz River Heinz River, ein Ort durchtrennt von einem reißenden Fluss. Auf der einen Seite Heinz River Town, auf der anderen Frosch Eck. Das war lange vor der Erderwärmung, die später den reißenden Fluss in einen kleinen Bach, den Eigelfurterbach, verwandeln sollte. Zwischen beiden Völkern besteht bis heute eine gewisse Rivalität. In einer Zeit, in der das Wort eines Ehrenmannes noch etwas wert war, ereignete sich ein Abenteuer, das die Geschichte für immer verändern sollte. In dieser Gegend, wo sich Wolf und Orchkatzl grüßte, sang, war es nicht immer so friedlich wie heute. In der niederbayerischen Town waren im Saloon oft harte Kämpfe. Der Totengräber Baker Luke hatte viel zu tun. Sogar die Kinder waren bis auf die Zähne bewaffnet. Es war sehr gefährlich. Die Kinder waren bis auf die Zähne bewaffnet. Der Totengräber Baker Luke hatte viel zu tun.